Ich bin schon immer gerne gereist und das war dann für mich die Kombination Reisen, mit Menschen arbeiten und nicht in einem Büro sitzen. So bin ich auf die Germania gekommen. Flugbeleiterin sein ist mein Traumjob. Das Reisen, der Kontakt zu Menschen, das Fliegen an sich und ein wunderbares Team. Das ist für mich hier bei Germania das Faszinierende an dem Büro, Flugbeleiterin.